Etwas brauchen Brauchst du etwas? Ja, ich brauche etwas. Was brauchst du denn? der Hammer Ich brauche den Hammer. die Zange Ich brauche die Zange. das Maßband Ich brauche das Maßband. die Schrauben Ich brauche die Schrauben. der Schraubenschlüssel Braucht er einen Schraubenschlüssel? Nein, er braucht keinen Schraubenschlüssel. die Säge Braucht er eine Säge? Nein, er braucht keine Säge. das Messer Das Messer Braucht er ein Messer? Nein, er braucht kein Messer. die Nägel Braucht er Nägel? Nein, er braucht keine Nägel. der Schlüssel Wofür braucht sie den Schlüssel? Das Schloss Sie braucht den Schlüssel für das Schloss. Sie braucht den Schlüssel, um das Schloss zu öffnen. Die Leiter Die Leiter Die Glühbirne Wir brauchen die Leiter, um die Glühbirne zu wechseln. Das Klebeband Das Klebeband Das Paket Ihr braucht das Klebeband, um das Paket zuzukleben. Die Wäscheklammern Die Wäsche Sie brauchen die Wäscheklammern, um die Wäsche aufzuhängen. Ich brauche dringend einen neuen Computer. Unbedingt Sie braucht unbedingt ein neues Handy. noch Er braucht noch einen Euro. doch Quatsch, das braucht man doch alles gar nicht. sofort Er braucht sofort einen Arzt. etwas nicht zu tun brauchen arbeiten Sie braucht heute nicht zu arbeiten. kochen Sie braucht heute nicht zu kochen. früh aufstehen Sie braucht heute nicht früh aufzustehen. erreichbar sein Sie braucht heute nicht erreichbar zu sein. auf E-Mails antworten Sie braucht heute nicht auf E-Mails zu antworten. eine E-Mail schreiben Du brauchst mir keine E-Mail zu schreiben. einen neuen Drucker kaufen wir brauchen keinen neuen Drucker zu kaufen. Papier bestellen wir brauchen kein Papier zu bestellen. Stifte mitbringen Stifte mitbringen Ihr braucht keine Stifte mitzubringen. der Besen der Besen Der Besen Die Hexe brauchte den Besen zum Fliegen. die Kugel Sie brauchte die Kristallkugel, um die Zukunft zu sehen. die Zutaten Das Schwert Der Ritter brauchte das magische Schwert. die Zutaten Der Magier brauchte fünf Zutaten für seinen Zaubertrank. der Kleber Sie hat den Kleber gebraucht. die Schere Er hat eine Schere gebraucht. das Buch Wir haben das Buch gebraucht. die Hefte Ihr habt die Hefte gebraucht. Komm mal her! Du wirst gebraucht. Ich muss gehen. Ich werde bei der Arbeit gebraucht. die Hilfe Ich bräuchte mal deine Hilfe. der Sonnenschein Wir bräuchten mal wieder etwas Sonnenschein. die Pause Ich bräuchte dringend eine Pause. Gebrauchen Gebrauchen Wozu ist dieser alte Eimer noch zu gebrauchen? Der ist zu nichts mehr zu gebrauchen. der ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Kannst du vielleicht ein altes Fahrrad gebrauchen? Gebraucht sein Ich verkaufe dieses Paar gebrauchte Stiefel. Sie sind gebraucht, aber in gutem Zustand. Aufbrauchen Bevor wir neues Obst kaufen, brauchen wir das alte auf. Wir brauchen die Milch auf, dann kaufen wir neue. Der Verbrauch Wie hoch ist der Verbrauch dieses Autos? Verbrauchen Das Auto verbraucht 10 Liter Benzin auf 100 Kilometern. Der Verbrauch Der Verbrauch Ein Verbrauch ist eine Tradition. Bräuche sind Teil der Kultur. 1 1 2 2 3 3